Der Volkswagen ID.7 tritt an, um die Lücke zu füllen, die der legendäre Passat in der elektrischen Ära hinterlassen hat. Mit einer beachtlichen Länge von 4,96 m, die seine Präsenz auf der Straße unterstreicht, zeigt der ID.7, dass er in große Fußstapfen tritt. Und ihr bekommt heute neben ein paar technischen Daten, die einige von euch sich extra gewünscht hatten, vor allem meine subjektive Meinung zum Volkswagen ID.7. Damit hallo und herzlich willkommen auf VoiceOver Cars und ich sage es direkt, das hier ist keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch, daher freue ich mich über eure Meinung in den Kommentaren, natürlich auch über ein Like und ein Abo. Kurz zu mir, ich bin Jens, Baujahr 1979 und auch wenn mein erstes Auto ein Opel war, ich habe übrigens auch beim Opel Autohaus die Ausbildung gemacht, habe ich später unzählige Jahre beim VW-Tuner gearbeitet und hatte auch den einen oder anderen, ach was soll ich euch sagen, es waren über 10 Volkswagen in meinem Besitz. Aktuell fahren wir in der Familie auch einen Volkswagen, aber der ist nicht rein elektrisch, sondern Bestandteil des Diesel Gates, wenn man so will, sogar der schlimmste seiner Sorte. Für mich aber nicht, denn ich habe mir den Diesel nicht gekauft, weil ich die Umwelt schützen, sondern weil ich viel Drehmoment und einen geringeren Verbrauch haben wollte. Viel Drehmoment hat auch der ID.7 und ihr erfahrt auch gleich was über den Verbrauch und die Reichweite. Wir sprechen heute über die ID.7 Pro Version als Limousine, später kommt auch noch die Pro-S Variante mit einem größeren Akku, man munkelt von einer GTX Version und natürlich auch den Kombi. Der heißt allerdings nicht VW ID.7 Variant, sondern VW ID.7 Tourer. Ich bin ehrlich, es sind nicht nur die ID.7 Maße, die beeindrucken. Die schmalen Matrix-LED-Scheinwerfer verleihen eine dynamische Optik und selbst die Räder, die auf 19 Zoll in der Basisversion und optional in 20 Zoll glänzen, tragen zum beeindruckenden Erscheinungsbild bei. Und dank seines CW-Wertes von 0,23 soll er auch in Sachen Effizienz punkten. Einen ersten Fahrbericht findet ihr drüben auf Electric Drive. Jan war zugegeben sehr beeindruckt. Auch auf Ausfahrt TV gibt es ein extra Video. Volkswagen mag den Begriff Premium scheuen, aber der ID.7 empfiehlt sich zumindest für einen Vergleich. Die Abrollgeräusche sind vorne nahezu nicht existent und erst ab 110 kmh machen sich die Windgeräusche bemerkbar. Das adaptive Fahrwerk, das stufenlos verstellbar ist, sorgt für ein komfortables Fahrerlebnis. Obwohl es immer Raum für Verbesserungen gibt, also zum Beispiel mehr Komfort im Komfortmodus, mehr Sportlichkeit im Sportmodus, muss man anerkennen, dass Fahrwerk, Lenkung und Bremsanlage bereits exzellent abgestimmt sind. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass man die Rekuperationsleistung nicht nur in zwei Stufen variieren kann und das One-Pedal-Driving fehlt auch. Das wäre tatsächlich mein erster Kritikpunkt. Auch wenn ich persönlich das One-Pedal-Driving nicht immer nutze, es muss doch selbst für Volkswagen nur eine kleine Softwareanpassung sein, um dieses zu realisieren. Zahlreiche Marktbegleiter bieten die Funktion, warum nicht VW, kann und muss ich nicht verstehen. Die Testfahrt mit dem Volkswagen ID.7 führte Jan und Eckart rund 200 km um Marseille herum über stetig ansteigende Straßen und Autobahnen. Der Bordcomputer zeigte dann anschließend einen Verbrauch von 19,8 kWh auf 100 km an, ein Wert, der im deutschen Alltag sicherlich unterboten werden kann. Dieser Testverbrauch ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die beiden den ID.7 größtenteils auf der französischen Autobahn bewegt und die Geschwindigkeit zwischen 110 und 130 kmh variiert haben und anschließend stets bergauf gefahren sind. Ganz kurz was zu den technischen Daten. Mit 210 kW, also 286 PS, bietet der ID.7 mehr als ausreichend Leistung für die meisten Fahrbedürfnisse. Für den Sprint von 0 auf 100 kmh benötigt das Fahrzeug 6,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird zugunst der Reichweite und Sicherheit auf 180 kmh begrenzt und gemäß WLTP wären bis zu 615 km mit einer Akkuladung möglich. Das bringt mich zum zweiten Kritikpunkt. Die MEB-Fahrzeuge waren bis dato nie als Lademeister bekannt. Der ID.7 kann an DC-Lade sollen immerhin mit 175 kW laden. Der 77 kWh fassende Akku wäre somit innerhalb von 28 Minuten wieder von 10 auf 80% gefüllt, wenn das dann auch im Alltag alles so funktioniert. Die Wärmepumpe, die den Verbrauch senken soll, kostet 990 Euro Aufpreis. Nicht für Geld und gute Worte kann man die AC-Ladeleistung erhöhen. Bei 11 kW ist Schluss. Das stört mich wirklich, denn Hand aufs Herz, dann lohnt es sich bei einem kurzen Einkaufsbummel gar um das Fahrzeug anzuschließen und das ist doch eigentlich schade. Ebenfalls schade, es gibt kein Frunk. Dort verstaue ich sehr gerne das AC-Ladekabel, vor allem jetzt im Herbst und im Winter will ich das oftmals nasse Kabel nicht in den normalen Kofferraum legen. Ihr wisst gar nicht, was ein Frunk ist? Eine Abkürzung für Front Trunk, also ein Fach unter der vorderen Motorhaube. Kommen wir zum Preis. Da geht es ab 56.995 Euro los, inklusive Navigationssystem des Cover Pro Max, dem Travel Assist sowie dem Spurhalter Assistenten. Das Multifunktionslenkrad ist genauso beheizt wie die vorderen Sitze. Insgesamt gibt es vier USB-C-Schnittstellen, das Augmented Reality Head-Up-Display, den Sprachassistenten Ida, aufpreispflichtig ist wie erwähnt die Wärmepumpe, das Panoramaglasdach, das Matrixlicht und die adaptive Fahrwerksregelung. Ich schätze den Testwagenpreis auf ca. 69.905 Euro und muss dann immer noch darüber schmunzeln, dass die Textilfußmatten ebenfalls mit 125 Euro berechnet werden. Da ist Volkswagen wohl nun doch auch angekommen im Premium-Segment. So, aber ich hatte es geschrieben auf dem Foto, da wo er vielleicht draufgeklickt hat, warum ich ihn nicht kaufen würde. Aber warum würde ich ihn mir nicht kaufen? Weil ich persönlich auf den ID.7 Tourer warten würde, denn ich war schon immer ein großer Fan von Kombis und Deutschland war zugegeben auch mal das Land der Dichterdenker und Kombilenker. Make the Kombi great again, Volkswagen, denn den Rest finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool, bis auf die AC-Ladeleistung, den fehlenden Frunk und eure Aufpreispolitik, die euch aber inzwischen mit fast allen anderen Herstellern teilt. Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung doch gerne in die Kommentare. Voice over cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, euer Jens. Ciao.